Was pusht du da? Das hat uns an der Marketingleiter so bestellt. Sicher? Ja. Bei der VW Diesel. Ficker der Umwelt mag der Wagen viel grüner. Vielleicht meinte er wegen der Umwelt die VWs nachhaltiger. Ah. Wie hart stinkt das denn? Wie hart stinkt das denn? Wie hartst du? Ja, die Puff und Dunkelbund. Untertitelung des ZDF, 2020